The Circle ist die Zukunft. Gemeinsam werden wir die größten Träume der Menschheit verwirklichen. Alle Krankheiten heilen. Den Welthunger besiegen. Eine Gesellschaft ohne Verbrechen erschaffen. Für unsere Heimat. Für unsere Kinder. Für uns alle. The Circle. Werde jetzt Teil davon. Du musst alles über den Circle wissen. Nächste Woche gehörst du dann dazu. In welcher Abteilung bist du? Customer Experience. Da habe ich auch angefangen. Dein Durchschnitt ist 87. Du schlägst dich wirklich gut. Hallo, ich bin Eamon Bailey. Zurzeit platzieren ein Dutzend Circleer überall auf der Welt diese Kameras. Jetzt kann die ganze Welt zusehen. Guten Morgen, liebe Welt. Hallo, Circleer. Ich werde mal meine Eltern rufen. Wo seid ihr denn? Scheiße. So was sollte auf keinen Fall passieren. Wir waren oft unterwegs. Und jetzt wird alles gefiltert. Macht dich das überhaupt nicht stutzig? Ich habe eine Straftat begangen. Es sind nur die Lügen, die uns Ärger einbringen. Etwas zu wissen ist gut. Aber alles zu wissen ist besser. Sind hier alle verrückt? Haltet nicht! Teilen wir gern. Teilen ist Teilen! Das ist keine Säge. Mit dem firen? Das ist eine Säge. Das ist die Säge.